Hallo, ich melde mich wieder mit dem nächsten Unboxing-Video. Diesmal geht es um ganz besondere Dinge, die nur Frauen betreffen. Das heißt, es geht um die Tage. Ja, ich habe eine lange Geschichte dazu zu erzählen. Ich habe mich eigentlich auf YouTube informiert über unterschiedliche Varianten, was man so alles benutzen kann, was man nicht so alltäglich bekommt. Und bin letztendlich dazu gekommen, dass ich jetzt mal die unterschiedlichsten Sachen ausprobieren möchte. Aber ich werde euch einfach mal zeigen, was in meinem Päckchen drin ist. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, wie ich darauf gekommen bin und was das alles eigentlich ist und wie man das benutzt und warum man sowas benutzen sollte, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich mache auch gerne weitere Videos dazu. Aber dieses Video soll nur dazu dienen, euch zu zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich bei Meluna bestellt. Meluna ist, glaube ich, besonders bekannt für ihre Menstruationskappen. Ich habe bereits eine von Lunette. Diese hier in der blauen Verpackung. Ich kann sie ja mal zeigen. Hier. Von Lunette. Ich bin auch ziemlich zufrieden mit der. Ich habe schon die Größe 2. Allerdings ist die trotzdem manchmal total schnell voll. Und deswegen dachte ich, ich kaufe mir mal die größte, die ich gefunden habe auf dem Markt und probiere die mal aus. Ist nicht ganz so teuer wie die Lunette. Und deswegen dachte ich mir... Ja, kann ich das doch mal als Testprodukt hinnutzen. Da ist sogar eine ganz genaue Beschreibung, welche Kappen es alles gibt. Ich habe mir jetzt die XL-Variante gekauft. Die normale. Mit einem Fassungsvermögen von 42 Milliliter. Die kommt... So mit einem netten Beutelchen. In der man sie gut verstauen kann. Und eine Anleitung. Gebrauchsanleitung. Mit schönen Bildchen, dass man auch alles versteht. Das ist sehr gut. Ja. So, das ist das eine Teil aus meiner Bestellung. Dann habe ich hier aber noch mehr. Erst noch dieses Teil hier. Das gehört nämlich noch zur Kappe dazu. Das ist ein klappbarer Behälter zum Saubermachen. Das kann man hier so auseinander machen. Geht oben zu. Man füllt da Wasser rein. Tudert dann seine Kappe rein. Kann sie dann da drin desinfizieren. Zumachen. Naja. Jedenfalls. Ihr wisst ja, wie man einen Deckel zumacht. Und dann kann man das ganz leicht mitnehmen. Und wenn man es kann, wenn man es kann, wenn man es kann, wenn man es kann, den Deckel zumacht. Und dann kann man das überall mit hinnehmen. Und man spart eben Platz damit. Okay. Vom Deckel bin ich nicht ganz überzeugt. Aber ansonsten ist es schon platzsparend. Und wie ihr seht, es setzen sich sehr leicht Fusseln ab. Nicht ganz so toll. Aber was ist denn noch so drinnen? Also ich habe hier eine wiederverwendbare Binde. Manche mögen sich jetzt fragen, hm, was ist denn das? Aber es gibt einen ganz einfachen Grund, warum ich die bestellt habe. Und zwar ist der, dass ich da unten ein bisschen empfindlich bin. Und wenn ich so normale Binden trage, dann fängt es immer ganz schnell an zu jucken. Und hier sind einfach keine Chemikalien oder so drin, die jucken könnten. Und deswegen habe ich mir so eine bestellt. Das hier ist ein Medium Reusable Cotton Pad. Ich habe einen Normal Flow Period. Die ist 23,5 cm lang. Aus 100% Baumwolle. Und ja, steht ja alles drauf. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und ja, mal sehen, wie es mir gefällt. Dazu habe ich mir dann noch die passende Tasche gekauft. Dadurch, dass ich nur englische YouTuber geschaut habe, weiß ich irgendwie auch nur die englischen Namen dafür. Also ich würde Wettbag dazu sagen. Aber es ist einfach eine Tasche, die innen mit einem Stoff ist, der wasserabeißend ist. Das heißt, wenn man da seine Pads, also seine Binden rein tut, dass der Stoff eben das Blut oder die Flüssigkeit nicht aufnimmt. Also man kann das hier so aufklappen. Hat quasi ein großes Fach. Aber wenn man es zusammenfaltet, dann entstehen zwei. Und man hat hier vorne noch eins für die frischen Binden. Ja, ganz niedriges Muster. Das konnte man sich aussuchen, was für eins man haben will. Finde ich gut. Und dann habe ich hier noch ein paar andere Sachen. Und zwar Corrigateps. Die sind, glaube ich, eigentlich dafür da, dass man Gebüsse damit reinigt. Aber man kann damit auch eben die Menstruationskappen reinigen. Und da habe ich auch noch diese Mini-Sterilizing-Tabs gekauft, weil ich einfach mal beides ausprobieren wollte. Und wir haben noch ein Kärtchen mitgeschickt. Ah, ein Menstruationskalender. Okay. Und das hier ist nochmal eine Erklärung zu den Binden, würde ich sagen. Und die Rechnung ist noch drin. Ja, das war schon alles. Wie gesagt, wenn ihr mehr zu den Produkten wissen wollt, wie man sowas verwendet, warum, wie ich mich dazu entschieden habe und so weiter. Oder auch Erfahrungsberichte, was ich euch dann erst in einem Monat sagen kann, wenn ich sie tatsächlich ausprobiert habe, natürlich. Dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut meine anderen Videos an. Das sind auch interessante Sachen dabei. Dürft natürlich gerne den Kanal abonnieren. Gebt dem Video eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat oder nicht. Und sagt mir, warum nicht, wenn. Weil ich gerne verbessern würde, was zu verbessern geht. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss. Der Deckel ist aber sehr unstabil. Aber naja, man muss es ja auch irgendwie zuklappen können. Okay. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich hoffe, es erfüllt zumindest sonst seinen Zweck. Ich kriege den Deckel nicht mehr zu. Was ist denn das jetzt? Okay. Mit ein bisschen Geduld klappt das.